Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Left Behind. Wir wollen zu Riley. Ich hatte gerade noch was an meinem Laptop gemacht und war sehr erstaunt, was da für Musik im Hintergrund zu hören ist. So renne ich. Schon eine ganze Weile her, dass ich es gespielt habe. Genau einen Monat. Ungefähr genau einen Monat. Mal sehen, dass steuerungstechnisch jetzt so drin ist. Aber es fehlt ja nicht mehr viel vom DLC. Ach, Razer. Hast du sowas schon mal gesehen? Ist unser Gespräch beendet? Keine Ahnung. Ist es? Du hast keinen Grund, sauer auf mich zu sein. Ich bin sauer auf dich. Warum? Weil ich deine Meinung hören wollte? Wann war dir meine Machinie wichtig? Es war doch gut. Es war verdammt gut. Und dann sagst du, ich soll mich verziehen und verschwindest einfach? Dieser ganze Tag. Fühlst du dich schuldig? Soll ich's dir leichter machen? Bitteschön, kannst du gerne haben. Ich müsste eigentlich auf der anderen Seite der Stadt sein. Wenn ich als Firefly erwischt werde, bin ich tot. Wegen Schuldgefühlen habe ich nicht eine Stadt voller Soldaten durchquert. Und ja, ich habe Dinge getan, die ich gern ungeschehen machen würde, aber... Ich versuch's. Apropos. Diese Wasserpistolen, auf die du scharf warst? Dafür hätte man mich fast erschossen. Überraschung. Okay. Zuerst mach ich dich fertig. Und dann reden wir. Mach dich auf eine Dusche gefasst. Mal sehen, was du drauf hast, Firefly. Mal sehen, ne? Nein, nein. Ich würde ja gern. Okay. Ja. Achso. Äh. Nein, 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 nein. Au! Was? Au, verdammt! Verstecken, dreck dich! Wieso? Die hat noch nix. Will die mich veräppeln? Aua! Also, aua, bei Wasser. Wer kennt's nicht? Ich krieg dich, Ellie. Wieso hat sie denn noch gar nichts? Oh, Mann! Ich hab dich voll erwischt. Was? Ich gewinn diesen Kampf nie. Du triebst. Okay. Du willst besitzen. Ich versteck mich und dann jagen wir uns. Wer zuerst getroffen wird, verliebt. Schön. Schließ die Augen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ich komme! Ich mag das Minigame gar nicht, muss ich sagen. Ich mag das Minigame gar nicht, muss ich sagen. Ich hab sie doch gerade gesehen gehabt. Oh. Getroffen? Ich hab sie getroffen! Was soll der Scheiße? Ich hab sie getroffen, es hat nicht gezählt. Also, das ist doch scheiße, ehrlich. Ach, kacke. Ich hab sie getroffen. Ja, natürlich, Ellie. Wenn wir wieder nicht treffen, obwohl wir getroffen haben, ist sie nicht tot. Zwei von drei natürlich. Weil ich hab so viel Spaß an dieser... Das ist das Einzige, was mit diesem DLC so gar nicht Spaß macht. Diese ganzen Minigames. Warum? Warum? Nein. Oh, Mann. Hä? Er geht. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Okay, was soll's. Das war reines Glück. Glück? Ja. Ha! Willst du nochmal? Ich... Ja, aber... Dankeschön. Gott sei Dank nicht nochmal. Du musst wieder zurück. Ich muss wieder zurück. Okay. Gut. Dann komm, ich will mal einen Kutzer. Hey, also... Das kam vorhin blöd rüber. Aber... Ich hab's echt so gemeint. Du solltest gehen. Das ist etwas, was du schon immer wolltest, seit... Du weißt schon. Seit Ewigkeiten. Soll ich dich aufhalten? Nur du könntest das. Nein, bitte geh nicht. Ich werde dich so furchtbar vermissen. Ich komm klar. Und du kommst klar. Und wir werden uns wiedersehen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Ich kann mit denen nichts anfangen. Du hast mich wirklich furchtbar vermissen. Du musst mich wirklich furchtbar vermissen. Klappe. Lass liegen. Komm mit. Was soll das werden? Was soll das werden? Ja. Ja. Echt jetzt? Echt jetzt? Komm her. Schwing deinen Arsch hier raus. Komm schon. Komm. Was ist denn? Hey. Was ist los? Was ist los? Bitte geh nicht. Hey. Was ist los? Bitte geh nicht. Sorry. Wofür? Wofür? Was machen wir jetzt? Uns fällt schon was ein. Aber ich fürchte, Marlene spielt da nicht mit. Warte. correction! Frau. Keep going. Ha. Fire, ich schreie dich über das. Und da ist wieder Schlimmes passiert Schauen wir mal, wir wollen zu Joel zurück Ich brauchte jetzt einfach so die letzten 10 Minuten gar nicht wirklich was sagen Außer mich aufzuregen, dass das mit dem Scheiß hier nicht so Ah, Ellie, nein Sorry Nicht funktioniert hat Weiß ich nicht, wie kann ich sie treffen, ohne sie zu treffen? Das ist doch völlig bescheuert Nein, ich mach jetzt mal nicht Oh scheiße Oh was zur Hölle Komm runter Was machen wir hier? Wir schätzen sich um diesen Alten und ein kleines Mädchen Tja What? Ich werde hier suchen Schau dich hinten um Das hat ihn aber auch nicht so gejuckt, dass er Einen Pfeil im Rücken hatte Geil Nein, du hast mich gar nicht gesehen Nein, au Du schlägst ein Kind Du schlägst ein Kind Aber nein, hast du nicht Oh, ich bin voll raus Was? Nimmt er mir die Tasten auch an, die ich benutze? Keine Ahnung, ob er mir die Tasten annimmt, die ich benutze Keine Ahnung Im Moment hab ich nicht das Gefühl, dass er das tut Willst du mich an der Nase rumführen? Vielleicht, du Arsch Vielleicht Ich darauf keine Lust hab grad Wo denn jetzt? Wo denn jetzt? Auf meiner Seite ist nichts Ja, toll für dich Es ist doch einfach zu Warum? Weil du glaubst, mich gesehen zu haben Keine Sorge, hast du nicht Was? Nein Von mir aus Dann nicht Dann bin ich hier weg Elli Danke So schafft bin ich nicht drauf Ressourcen zu finden Ach da hinten Ich wollte doch grad sagen Hier kann man was finden Es ist scheiß kalt hier drin Ich bin der letzte Überlebende meiner Crew Und krepiere in einem Luftschach Was hast du denn von mir erwartet? Ich wurde gebissen Und es war nur eine Frage der Zeit, bis sie mich tötete Auch wenn ich gar nicht infiziert war Sie meinte, sie würde es nicht tun Aber ich konnte es in ihren Augen sehen Wieso sonst zog sie die Waffe? Wieso zum Teufel zog sie die Waffe? Ich hab nur mit ihr geredet Hätte sie nicht gelogen Hätte ich nicht zugesnackt Wie hätte mich erschossen Ganz sicher Aber warum hat sie dich leben lassen, Elise? Ist auch egal Ich hab sie erschossen Ich bin abgehauen Ich habe diese Kreaturen bekämpft Und dabei Ist die Tat an meinem Stuppen wieder aufgeplatzt Ich verblute Und ich kann sie nicht wieder zunehmen Nicht mit einem Arm Ich kriege keinen Knoten Wecken So kalt Ich rufe mich lieber aus Ich würde mal sagen Da hat der gute Mann bekommen Was er verdient hat Äh Wo hat der denn nur Haben die ihm nur die Hand abgeschnitten Oder was? Ach egal Ich stelle keine Fragen Ich weiß jetzt nicht Warum es mir gerade so vorkommt Als wäre die Steuerung so störisch Vielleicht weil ich auch einfach wieder raus bin Nach einem Monat Ja nimm doch Mann Das ist ein bisschen zu weit weg Da kann ich kaum was machen Volle Breitseite für die Infizierten Wieso können die mich eigentlich so gut sehen? Wieso? Ich verstehe es nicht Ehrlich nicht Okay die sind so weit weg Dass ich die nicht sehen kann Ach ja Nimm doch Wie gut ich hier ausgerüstet werde Das ist immer schlecht Nein 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 Kann ich denn jetzt? Ja kann ich Er für nachher Hast du jetzt nicht ge... Für nachher Geil Oh Gott Vor oder hinter der Scheibe Da hinten Für nachher Und schmeiß die einfach Alles gut Ich bin halt der Profi-Biegel Ich bin halt der Profi-Biegel Nein Habe ich Ich glaube die Szene auch nicht richtig schön in Erinnerung Wenn ich ehrlich bin Okay Nein Was war das? Was zum... Ich hab was gehört Nein, 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 nein Ich muss irgendwo hin Wo ich mich besser verstecken kann Irgendwo wo ich vielleicht auch einen Stein finde Ich sehe hier nichts Kacke Nein 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 Hinter mir Hinter mir Hinter mir Hinter mir Hinter mir Hinter mir Ist okay Kein Thema Kein Thema Ich bin gleich hier weg Tschüss Es lief nicht so gut Können die hier hoch? Ich würde schon gerne wissen Ob da unten noch Ressourcen sind Oh Gott, nein, nein, alles gut Aber sei es drum Dann sind da halt keine Ressourcen Ich werde hier jetzt einen Cut reinmachen Die Folge lief alles und allem nicht so gut Ich bin so von... aus der Steuerung raus Ich dachte mir Ja komm Du hast ja nicht mehr so viel vor dir Das sind maximal noch ein oder zwei Folgen Die da fehlen Spielst du das eben Und danach kannst du ja immer noch zu Keiner Bridge of Spirit zurück Aber das ist schon heftig Wenn du das einen Monat lang nicht gespielt hast Und mitten im Getümmel bist Ist das nicht wie bei Horizon Zero Dawn Wo du einfach dann selbst gucken kannst Wie du wieder reinkommst Sondern es ist eher so Dass es absolut pain in the ass ist Und ich habe jetzt auch einfach zwei Stellen gehabt Wo die Mechanik nicht richtig funktioniert Warum? Ich habe Riley getroffen und es hat nicht gezählt Hätte ich sie länger treffen müssen oder was? Aber getroffen ist doch eigentlich getroffen Hieß es doch Beim ersten Treffen Aber nein Naja sei es drum Nächstes Mal dann vermutlich Finale Ähm Ellie ist fast bei Joel Es wird nochmal ein heftiger Kampf werden Schaffen wir Ich wünsche euch einen schönen Tag Und haut rein Und dann gehen wir nochmal nach oben Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.